Hallo Leute, mein Name ist SudaxingMaster1999 und ich finde Gronkh ist voll LW geworden und er spielt jetzt voll die blöden Kack-Buhn-Spiele und ich sag euch jetzt auch warum. Battlefield und Call of Duty, ja das kauft mir meine Mutti, ich würd sie ziehen bei Rapizia, doch ohne Paypal geht nichts mehr. Auf jeden Fall, das wollt ich sagen, wer was andere spielt, der Blag weiß nicht, was gute Spiele sind und ist ein dreckig Hurenkind. Ich bin der Shooter-King, ich weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng und ganz viel Bumm, da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter-King, da ganz früh am Computer hin. Ich bin der Boss im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetz. Retro-Spiele sind so ranzig, fast wie Papa, 25 Jahre alt und scheiße hässlich. Arsch, sei leise und vergess nicht, dass das meine Meinung ist. Wer sowas spielt, der auch scheiße ist, denn ich bin cool, weil ich es bring, sonst wär ich nicht der Shooter-King. Ich bin der Shooter-King, ich weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng und ganz viel Bumm, da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter-King, da ganz früh am Computer hin. Ich bin der Boss im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetz. Oh, 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 hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Ich bin der Shooter-King, denn ich hab Swag und Blingelingeling. Dieser Text macht gar keinen Sinn mehr, sagst du mir doch, bist behindert. Du bist einfach viel zu dumm und dieses Lied, das ist jetzt um. So, schnauze voll jetzt mit der Scheiß-Spiele hier, Kacke alles. Boah, wieso bin ich jetzt geblockt, so ein Arschloch? Boah, wieso bin ich jetzt? Ich bin der Sonnig. Ich bin der Sonnig.